Wie es so häufig in der Geschichte passiert, so war es auch in diesem Falle, dass ein wackerer Großvater und ein Vater das Feld für den Erfolg ihres Enkels und Sohnes bereiteten. Graf Liudolf, 1805 bis 1866, war ein angesehener Mann in Sachsen. Er besaß große Ländereien im Harz und sein Wort galt in den sich neu organisierenden Adelskreisen der Sachsen sehr viel. Manche behaupteten sogar, sein Wort war mächtiger wie das des ostfränkischen Königs. Und dieser Graf Liudolf wurde um 1840 zum ersten Herzog der Sachsen gewählt. Noch heute ist der Namensgeber des Adelsgeschlechts der Liudolfinger, später Oton genannt. Und er war der Großvater Heinrichs. Der Vater Heinrichs war der jüngere Sohn von Judolf, den wir zur Unterscheidung mal Herzog Otto nennen. Herzog Otto, der den Beinamen der Erlauchte erhielt, war nach dem Tod von Judolf der mächtigste und angesehenste Fürst im ostfränkischen Reich. Die Sachsen bekamen durch seine Verdienste Teile Thüringens vom König zugesprochen. Herzog Otto wird nach dem Tod des Königs Ludwig dem Kind 911 gefragt, ob er die Königskrone annehmen würde. Aber er lehnte diese Würde aus Altersgründen ab. Gleichzeitig wird er wohl den Fürsten seinen Sohn Heinrich empfohlen haben. Schon ein Jahr später verstarb Herzog Otto und Heinrich wird zum Herzog der Vereinten Stammesverbände der Sachsen. So wird Heinrich vom fränkischen König Konrad I. als König vorgeschlagen und am 14. April 919 gekrönt. Der Finkenherd in Quiddlenburg ist bis heute eine ganz besondere Destination in der Stadt, unterhalb des Schlossberges. Hier spielt die Sage, dass ein fürstliches Gefolge ihm bei seinem liebsten Hobby, dem Vogelfang, überraschte und ihm die Königskrone anbot. So erhielt er den Beinamen der Finkler oder der Vogler. Finkler deshalb, weil die sangesfreudigen Finken besonders gern gefangen wurden, um sie im Käfig als Singvögel zu halten. Bayern und ein Teil von Franken wählten zwar den bayerischen Gegenkönig Arnulf, Heinrich gelang es aber, 921 Arnulf zum Verzicht auf die Königswürde zu zwingen. Damit rückte das von den Sachsen neu erworbene Land zwischen Magdeburg, Quedlinburg, Merseburg und Nordhausen für über 100 Jahre in den Fokus deutscher Geschichte. War bis dato die Geschichte am Rhein in Bayern und Franken geschrieben worden, baute Heinrich I. nun die Herrschaft der Sachsen über das gesamte Reich permanent aus. Er schloss mit den Ungarn Frieden, die bis zum Harz und nach Braunschweig vorgedrungen waren, kämpfte erfolgreich gegen die Slawen und machte sie bis zur Oder tributpflichtig. Unter seinem Zepter entstand ein dichtes Netz an Pfalzen und Grenzburgen, so wurde er in verschiedenen Publikationen auch Burgenkönig genannt. Er verstand es, im Deutschen Reich der verschiedenen Machtbereiche Frieden zu schaffen. Quedlinburg wurde zu seinem Machtzentrum. Er begründete die von folgenden Königen und Kaisern weitergeführte Tradition, Quedlinburg als Osterpfalz zu nutzen. Soll heißen, zu Ostern zog der König mit seinem Gefolge nach Quedlinburg, um hier die Ostertage zu feiern und Gesandte aus fernen Ländern zu empfangen. König Heinrich galt als resoluter, aber friedenstiftender König. Er verfolgte immer eine besondere Strategie oder besaß einfach eine besondere Gabe. Er konnte Feinde zu Freunden machen. Das bezog sich einerseits auf Frankreich, aber auch auf das mittlere Herzogtum Lothring, welches genau zwischen dem Westfränkischen und dem Ostfränkischen Reich lag. Die Ungarn, im Volksmund Hunnen genannt, hatten um 900 schon mehrfach Feldzüge nach Sachsen oder vor allen Dingen in das Ostfränkische Reich hinein unternommen. Alsbald forderten sie vom Ostfränkischen Reich Tribut. Widerwillig musste sich Heinrich dieser Forderung ergeben, um nicht zu riskieren, große Teile des Landes an die Ungarn zu verlieren. Als es 924 gelang, einen hochrangigen ungarischen Befehlshaber gefangen zu nehmen, konnte er mit der Auslieferung einen neunjährigen Waffenstillstand vereinbaren. In dieser Zeit entstanden auch viele Borgen und befestigte Plätze, um so der Bevölkerung Fluchtmöglichkeiten zu schaffen und die Vorräte vor den Ungarn zu sichern. Zugleich ließ er die leichten Panzerreiter aufstellen, die sich erstmals 928 gegen die slavischen Heveler bewährten. Brandenburg, Brennabor genannt, wurde eingenommen und weiter nach Osten vorgerübt. Nach und nach gelang es so, das gesamte östliche Gebiet bis zur Oder tributpflichtig zu machen. 929 gelang es auch im Norden bei Lenzen an der Elbe, die Redarier zu schlagen. Wichtiger aber war das Erstarken der militärischen Verbände, vor allem der Panzerreiterei und das wirtschaftliche Wachsen. Denn mit dem Tribut der Heveler und der Dalleminzer war es möglich, Waffen, Burgen, Ausrüstung zu finanzieren, die nun die Sicherheit gaben, um den Ungarn die Stirn zu bieten. 933 stellte Heinrich die Zahlung des Tributes an Ungarn ein. Die Reaktion darauf ließ nicht lange auf sich warten. Ein Reiterheer näherte sich bereits im März 933 durch Thüringen in Richtung Harz. Heinrich setzte nun auf sein bestens ausgebildetes Heer. Kriegserfahren und mit leichter Reiterei und leicht bewaffneten Kriegern. Bei Riade an der Unstruth, bis heute ist das leider ein unbekannter Ort, trafen die Heere aufeinander. Die Ungarn flüchteten vor der Übermacht und auch ihr Versuch 938 in das Reich erneut einzufallen, wurde schnell abgeschlagen. Über 20 Jahre blieb das Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts nach dem Sieg von 933 von den Ungarn verschont. Am 2. Juli 936 verstarb der erste sächsische König Heinrich auf der Pfalz Memlin. Er wurde nach Quedlinburg gebracht, um hier in seiner Erinnerungskirche, die Stiftskirche auf dem Schlossberg, beigesetzt zu werden. Aus welchem Grunde auch immer, denn Quellen belegen dies nicht, wurden seine Gebeine aus seinem Sarkophag entfernt und blieben bis heute verschwunden. Als ein tausendster Todestag nahte, suchten die Nationalsozialisten vor allem die SS unter Himmler mit großem Aufwand nach dem Gebeinen König Heinrichs. Aber auch ihnen gelang, trotz großer Worte und der Umgestaltung der Stiftskirche zum Weiherort der SS, es nicht, die Gebeine aufzufinden und somit das Grab des ersten sächsischen Königs wiederherzustellen. Soweit nun zum dritten Teil der Serie zur Geschichte Sachsen-Anhals. Bitte abonniert diesen Kanal, damit ihr auch die weiteren Teile euch anschauen könnt und Daumen hoch, falls es euch gefallen hat.